mit riesen schritten bewegen wir uns zum finale hin von final fantasy 15 wir haben gerade das galden kai gesehen zehn jahre später wie es komplett verlottert kaputt ist es heißt sie warten in hammerhead auf mich stufe 41 nekromanten ich trau mich nicht die hier anzugehen das wird glaube ich eine stufe too much da ich kein auto habe um bereits bei mir der zehn jahre ältere nokt versuchen wir mal einfach richtung richtung herr zu laufen jetzt habe ich auf die ausdauer nicht geachtet aber es wird noch ein hartes stück arbeit da ist noch stufe 84 dämonen weil stufe fucking 84 ein glück dass der in der wand ist und dass die wand einfach nicht näher an mich kommen kann drei kilometer bin ich denn richtig unterwegs ja schaut es mal hier bin ich dann wenn sich denn nicht viel geändert hat und hier ist hammerhead ja wer weiß was sich alles hier sonst in den zehn jahren verändert hat hier in der welt und hier ist die gabelung ich glaube hier links muss er rechts muss ich weiter was hast du und war da kommt was guck mal anscheinend gibt es doch noch menschen ein auto ein lieferwagen das kann nicht sein doch wir kommen zurückkönig noktis ja doch ist er wie ein moment majestät er möchte mit euch sprechen das hat zeit bis wir uns sehen er meint das hat zeit ich bin so froh dass ihr zurück seid euer majestät lasst die förmlichkeiten wir sind doch freunde stimmt auch wenn wir uns zehn jahre nicht gesehen haben zehn jahre die anderen können es sicher auch gar nicht glauben wo sind eigentlich alle normalerweise in lässt hallo aber hin und wieder auch in hammerhead ach ja schließlich ist die werkstatt immer noch dort manchmal geben sie sydney geleitschutz oder bringen ihr ersatzteile sowas halt verstehe ach übrigens sind heute alle in der nähe von hammerhead darum treffen wir uns dort mit ihnen an dem tag als du verschwunden bist ist die ewige nacht über eos eingebrochen dank des meteors gibt es in les thallum noch licht alle menschen drängen sich dort auf engstem raum und andere orte die sind so oft von sichern angegriffen worden bis irgendwann nichts als trümmer übrig waren eigentlich wird selbst hammerhead mittlerweile kaum noch als werkstatt genutzt es ist eher zum stützpunkt für jäger geworden im grunde ein wunder dass dort überhaupt noch betrieb herrscht alle anderen läden haben dichtgemacht es sind noch am lieb ja keine sorge aber er ist noch mürrischer als früher weil er in letzter zeit ziemlich oft krank ist ich glaube er hat den umzug nach les thallum nicht verkraftet die leute wollten zwar dass er die werkstatt ebenfalls verlegt aber sind hat ein riesen fass aufgemacht meinte dass es keine gewöhnliche werkstatt sei und es in les thallum nicht dasselbe wäre ja das klingt ganz nach ihm zum glück kommt sitney nach ihrem opa sie hat sich bereit erklärt die werkstatt weiter zu führen und sitz tja dessen einzige freude ist mittlerweile das gute essen das ignes ihm manchmal vorbeibringt dass die sicher auf einmal überall waren hat natürlich zahlreiche opfer gefordert general core und iris leiten daher die organisation von koordinierten jagdoperationen gladio ignes und prompto helfen allen wo sie nur können prompto ist meistens mit der verteidigung von hammerhead beschäftigt leider hat sitney so viel zu tun dass sie kaum zeit für ihn hat und ignes der kämpft auch mit anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten dann haben sie allerdings eingesehen dass bei der dunkelheit eh niemand was sehen kann er ist immer noch blind ja leider aber er kommt sehr gut alleine klar keine sorge weißt du gladio prompto und ignes sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammenzusehen sie kämpfen alle an eigenen fronten aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen ja wer einiges einiges erfahren wir sind da die anderen können sicher kaum erwarten ach so ich bleib übrigens auch noch etwas hier sagt einfach bescheid wenn ich irgendwie helfen kann okay was ich sehr gut finde ist dass die kleinen kaktor figuren die wir teilkott geschenkt haben dass er auf seinem armaturen brett die dinger verteilt hat schon kleines cooles detail was heißt hier na hast du ja ganz schön zeit gelassen noch bist du es wirklich hohe mann natürlich wer denn sonst nett dass du auch mal aufkreuzt ging nicht schneller es gibt viel zu überreden gehen wir rein auch sehr interessant die anderen drei haben sich nicht so sehr verändert aber noch das ist sicher ob weil er der jüngste war und so weiter wenn er mal verlassen wird beginnt die entscheidende schlacht bereite ich gut darauf vor ich möchte auf jeden fall hier mehr einen separaten save mal anlegen es gibt nicht so ultra viel hier zu sehen leider etliche personen die angesprochen wurden man kann nicht hier mit denen zusammenkommen ich glaube ich hier fürs endgame wurden sie auch nicht modelliert so jemand wie sydney oder sit können wir hier nicht zu sehen bekommen takas laden ist jetzt ein ein waffen lager für die für die jäger die sicher hier angreifen zum beispiel auch iris und korr sehen wir hier nicht also war es für dich dabei wandal wir haben schon du und da aber 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 okay okay schimmerlanze main gorge quicksilver sind doch einige sachen die ich holen kann schwarzer prinz aber jetzt muss ich aber mal ein bisschen was verkaufen na gut kaufen wir den nächsten magitech kern zeigliche schuppe opo ne zunge ich will jetzt lass uns mal gute waffen kaufen für das endgame das werden wir nämlich gleich in angriff nehmen dann geht es nämlich nach dem somnia wo aden auf uns wartet so es sollte vielleicht reichen ein durandal habe ich perion radio hat ein hyperion ach mit vier eck durch wechseln donnerkeil ach okay gladio hat sich schon selbst gekauft dann kaufe ich eins für noctis dann schimmerlanze wo hatte ich denn die beiden schimmerlanzen für ignis und mich hier die haben wir hier beide schon main gosch hat er bereits quicksilver hat er bereits schwarzer prinz okay dann nehmen wir noch einen schwarzen prinzen dazu titanreif talisman besten dank auch ich werde vielleicht doch nicht so viel verkaufen sein ich dachte ich muss meine anderen kollegen noch ausrüsten aber das muss ich nicht aber ich gebe mir natürlich hier statt dem donnerkeil das hyperion die schimmerlanze kann ich hier behalten das ep feurer ich mache mir mal den ring der lucis dahin ich hatte schon einen schwarzen prinzen naja egal who cares schimmerlanze wirbelsäge plus quicksilver haben wir für quicksilver alles klärchen können wir nochmal nach items gucken aber wir sollten hier auch mehr als genug haben dachchen voll ausgüter haben wir eigentlich von allem gut was ja schade dass man hier nicht noch mehr in der welt zehn jahre später gesehen hat ich glaube wirklich nur der galdenkai runter hier in richtung hammerhead ist ausmodelliert ihr seht hier auch die werkstatt ist dicht im moment dabei hätte ich das haupte verlassen und in die ewige dunkelheit gehen ähm und das machen wir dann jetzt auch wenn wir hier gesaved haben let's do this wir haben nicht umsonst die kraft zehn jahre gesammelt ich bin froh dass es den jungs ganz gut geht den umständen entsprechend es sind keine guten nachrichten die mich erwartet haben dass ich wieder zurück bin langsam sollten wir uns bereit machen für den aufbruch zeit unsere kampfkluft anzulegen tragen wir sie mit stolz ja zieht die bäuche ein männer das acht pack der gladio ich will es jetzt sehen ah und wir dürfen dann letztes mal noch ähm zusammen campen und gucken was wir hier zusammen kravatoga geflügelreis was richtig geiles angriffskraft booster ich will was richtig geiles nochmal essen feine orangen kuchen angriffskraft boost ich will was was mir mal ein bisschen verteidigungs- und willenskraft ich will was was mir mal ein bisschen ich will mal wissen was 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 stärke angriffskraft boost komm wir nehmen mal die königstädter platte ja ähm kampfkluft haben sie erwähnt wir kriegen geile neue uniformen für das letzte gefecht wie geil ist das denn und noch mal ein bisschen königstädter platte lecker mit sind das pilze da drauf 3000 lp maximum plus pro los angriffsstärke ist eigentlich auch ganz geil das will mir auf jeden fall jetzt weiterhelfen dann guck mal da auch wie die sitzen sich unterhalten ja das ist voll nice also wenn wir uns daran zurückerinnern das letzte mal als wir gecampt haben waren wo jegnis gerade blind geworden war aber die haben es bestimmt naja außer noct hat nicht viel zu erzählen aber die anderen haben viel zu erzählen und ignis hat talent schon gewonnen ich werde hier eh noch weiter spielen und questen selbst wenn wir es durch haben da werde ich weiter sachen freischalten für mich dann nach zehn langen jahren ist noctis wieder mit seinen freunden vereint dann letztes mal zelten die vier bevor sie nach insomnia aufbrechen wo der wilde quenig die welt von der dunkelheit befreien will so das wird jetzt nochmal knifflig und hart von den von den kämpfen her aus weil insomnia ist noch ein bisschen härter überrannt von monstern als der rest der welt es wartet aber auch sehr viel hoch emotionales zeug für uns also können wir durchaus abschätzen wenn wir den part und plus die nächste halbe stunde noch nehmen dass wir es heute potenziell durchschaffen können ich werde mein allerbestes versuchen da durchzudüsen und auch vielen dank an kollege steffen der nochmal länger da geblieben ist damit wir es jetzt mal machen können alles für euch alles für die kunst ist auch feindfernsehen 15 ne wenn schon denn schon wenn nicht dafür wann dann schaut euch die kluft an wie geil ne die geile königskluft zurück in der heimat endlich welch ein bittersüßes wiedersehen und wie nur noch ein stück bis zur zitadelle ja jetzt bringen wir es zu ende so es sind sehr viele gegner vorhanden die könnte ich auch jetzt glaube ich dann besiegen in der form aber ich will die gefechte so gering wie möglich halten weil viele von denen auch einfach optional sind optional in der richtung ich sehe wo ich hin muss aber ich werde nicht alle kämpfe machen müssen ja das war keine gute idee meine ausdauer das ist ja auch ja ich sollte klaue stufe 72 bin ich selbst in meinem 66 nicht wirklich gut dabei okay jetzt muss ich mal versuchen daran zurück zu erinnern wo der richtige weg war oh habt ihr das gesehen 5000 ey du dummes schwein die soll man glaube ich auch nicht wirklich bekämpfen ähm ich muss zum untergrund okay die hier will ich noch schaffen ja da muss ich hin genau ich muss durch die unterführung auf dem vorplatz aber hier werden wir einmal kämpfen müssen oh warte mal ich gebe mir mal ein bisschen ETA ich wollte gerade mit dem Ring der Luzis hab ich sie nicht alle gekriegt und Doktor weil die muss ich ja einmal besiegen sonst kann ich das Tor nicht öffnen so so aber die kriegen wir glaube ich ganz gut weg bis auf hier eben die die Jornys die sind ein bisschen die Zappings die sind ein bisschen härter Zappings aber wenn sie niedergestürzt sind dann gehts einigermaßen wo ist denn ist da wer noch übrig ganz hinten ne dumme Sau so zack da ist ja noch einer so jetzt aber immer noch nicht du dummes Schwein wo wo keine Zeit zu verlieren okay da dummes dummes Schwein Schwächling es ist ne Weile her seit wir zu viert gekämpft haben weckt einige Erinnerungen ich sag euch uns vier kann nichts mehr aufhalten hoffen wir mal das meine dass ich diesen Knopf nicht drücken kann nur weil Gegner da sind ist natürlich auch relativ nervig also es gibt ein paar Kämpfe die wir machen müssen wir sind da auf dem Vorplatz ich muss den Bechämiskönig hier besiegen besiegen das ist eine der Kämpfe die ich hier machen muss das ist Feuer wahrscheinlich oder? ups shit vielleicht gebe ich immer Magie statt dem Ring der Luzis im Ring der Luzis ich gebe hier Feuer, warum nicht? so ich gebe mir, warte mal ich gebe mir das Schwert des Königs Schwert des Vaters so so und so ah sehr geil alles klar ich will nicht so hoffen das sollte es ist eigentlich ok very nice ich nehme mal ein Elixier machen wir uns bereit wieder dahin zu gehen wo es angefangen hat von hier an gibt es kein Zurück mehr ja wenn wir hier einmal drin sind kommen wir nicht mehr raus so und beenden das Spiel das letzte Mal als wir hier waren hat das Game angefangen der hat uns Father gerade losgeschickt wir kehren quasi wir kehren quasi exakt an den Ort zurück wo wir das erste Bild des Spieles gesehen haben schauen wir noch was das für ein König nicht König Schloss, Königs Hochhaus ist hier in dem Somnium und wer wartet da wohl auf uns und nun Bühne frei für den Feuergott Ifrit ist das misantropische Gegenstück zur menschenliebenden Eisgöttin er wollte euch unbedingt begrüßen kommen genießt die Show ich warte im Thronsaal auf euch ja und den Part hatten wir schon ein bisschen gesehen ja in diesem kleinen Forward Flash Forward Ding Ifrit der Kampf gegen Ifrit Ifrit ist nämlich einer der Götter der sich gegen uns gestellt hat und wir konnten es da für ein paar Sekunden am Anfang sehen fucking Ifrit genau das war die Stelle wir haben verstanden wir uns Locked hier lang Schnell er greift wieder an er kommt neuer Versuch hier ok auf ihn ok ok kommen wir ja Ifrit oh oh das hätte ich vielleicht nicht machen sollen nehme ich mal mein Pfaderschwert ok so oh es gibt nur noch zwei Optionen oh yeah das haben wir wir haben Ifrit schon angehauen weil er nicht so super hardcore war aber fucking Bahamut wir haben ihn herbeschworen fucking Bahamut mit seinem Riesenschwert fucking geil Garer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020